Das Engelshaar von Röder haben wir als Startschuss, zusammen mit einer Korsett-Fächer-Batterie auch von Röder. Dann geht es weiter mit der Psycho-Billy, sprich Moskitos als Batterie. Dann haben wir die Miko 16 von PyroWeb. Dann haben wir die Strobe von PyroWeb. Also einmal Brokat, einmal Crackling. Dann haben wir die Funke Scala S25B. Also die mit den Titanenblitz und den bunten Sternen. Dann haben wir eine F3-Batterie. Das ist die Goodly. 100 Schuss, 1 Kilo NEM. 25 Millimeter oder waren es 20? Ne, 20 Millimeter denke ich mal. Und zum Schluss haben wir die Trouble Maker von PyroTrade oder Factory. Das war Factory. Und zum Schluss haben wir einen ABR-Follertopf und zwar den Devil Scream, der rote. Ja, das ist mein kleines Erfangenis im Urbrett und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich draußen zur Zündung. Applaus 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.